Musik Die Seetorfe, die seit über 20 Jahren hier ihr regelmäßiges Training absolviert haben, verabschieden sich an ihrem letzten Trainingstag gebührend von ihrem alten Hallenbad. Denn das wird abgerissen. Um die 40 Vereinsmitglieder sind dafür gekommen. Einige haben dabei Erinnerungen, die weit zurückreichen. Ihr seid ja schon von Anfang an hier dabei gewesen im Verein oder fast. Jedenfalls so lange Zeit, wie wir hier im Bad sind. Wie ist das, wenn man jetzt nach so vielen Jahren dieses Bad verlässt und dann irgendwas Neues macht? Oh Gott, also eh ich jetzt anfange zu weinen, also 20 Jahre bin ich jetzt hier in dem Schwimmbad. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, wenn man jetzt geht, aber ist halt so. Das Schwimmbad kenne ich seit Schulzeiten auch schon. Ich war als Schüler schon hier und ja, insofern ist für mich schon ein bisschen schwer der Abschied. Aber gut, ist halt so, wir kommen mit Leben. Nächste Woche geht es woanders weiter. War eine schöne Zeit. Also ich finde es schade, dass alle diese Dinge oder diese Gebäude, diese Räumlichkeiten, die ich schon als Kind kannte, dass die weg sind. Und dieses 50er Jahre Flair, womit ich groß geworden bin, das verschwindet immer. Und das ist schade. Ich habe auch ganz viele Fotos gemacht, um alle Details mir noch merken zu können. Zum Beispiel die Seifenhosen-Fleasen, die Seifenhalter-Fleasen. Fantastisch. Ja, ich finde auch, dass man ein bisschen schon wehmütig ist, dass man nicht mehr hier hinkommen kann, weil man doch das Bad schon so lange kennt. Auch ich habe hier schwimmen gelernt, Schulsport von der Schule hier gehabt. Ich bin auch jetzt seit 20 Jahren, sind wir ja ungefähr hier im Bad, immer hier. Und man kennt die Bademeister, ja. Und es ist für die Ausbildung wunderschön gewesen. Es ist schon sehr, sehr schade. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein neues, gutes Zuhause, was das Schwimmbad anbetrifft, finden werden. Es ist Nostalgie natürlich. Und jetzt, wo das halt wegfällt und man jetzt plötzlich zum Kickweg geht, ist das eine Umstellung, weil man verbindet hier auch. Ich bin ja in den Verein gekommen und dann war das hier Routine schon und das werde ich vermissen, auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, die Tribünen, man kann sich richtig gut vorstellen, dass sie früher Wettkämpfe waren und die kleinen, diese Kacheln mit diesen Seifenablageflächen, das gibt es an neueren Bädern gar nicht mehr. Also ich war hier als Kind sehr, sehr oft schwimmen mit meinen Freundinnen, alleine, Familie. Wir waren sehr, sehr oft hier schwimmen und selbst die Duschen sind auch altbekannt. Es hat sich wahrscheinlich auch nicht viel verändert seit den 50ern oder seit es das Partie gibt, ne? Ja, ja. Also da hat sich auch die Umkleiden an sich oben, die Sammelduschen, äh Sammelkabine, die haben sich überhaupt nicht verändert. Wunderbar, abschließbare Fächer ohne Türen, ganz toll. Ja, das finde ich richtig gut. Du machst jetzt hier für uns die Unterwasseraufnahmen. Ja, ich versuche das. Was ist dein Plan? Was wirst du machen? Ich lasse mich überraschen, je nachdem wie die Leute drauf sind und vielleicht machen so schöne Spöcksküsse und Figuren und dann drücken wir ab und lassen uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Oh, kein Witz. Du machst den zweiten Kamera ran? Ich mach den zweiten, auf jeden Fall. Und jetzt gleich hier mit Neptun im Tiefen. Okay. Findet auch noch drüben was statt in dem flacheren Bereich oder macht ihr das alles hier im tiefen Becken? Ja, wir wollen auch was im flacheren Bereich machen. Da sollte ja noch ein Tisch versenkt werden und mit Gläsern drauf, wo man sich dann mal gemütlich hinsetzen kann, was trinken kann unter Wasser. Das ist vor allem wichtig. Was habt ihr denn mitgebracht zum Trinken? Äh, das verraten wir nicht. Ah, okay. Aber das sehe ich ja nachher auf den Aufnahmen, die du machst. Oder darfst du nicht mittrinken, weil du Aufnahmen machen musst? Nein, ich darf natürlich nicht mittrinken. Genau. Als verantwortungsvoller Taucher trinkt man ja nicht. Don't drink and dive, ne? Genau. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Für die Bewirtung unter Wasser werden eigens Tische und Stühle versenkt. Der Kunststoff würde an der Oberfläche schwimmen. Deshalb wird das Mobiliar mit Bleibeschwert. Ja, ich weiß, ich kriege da mal Kuss auf den anderen aus. Ich kann da vorne gleich rein. Ich darf abnehmen. Mal drei. Entfiel. Danke. Nein, 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 nein. Ich probiere nicht. Ich lasse da. Ich habe keine Zeit. Nein. 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 Während an der Oberfläche Spaßbadatmosphäre herrscht, wartet unten Neptun in seinem dunklen Reich. Freilich in freundlicher Absicht. Er bewirtet seine Gäste mit Atemluft und einem kleinen Umtrunk. Musik Konntest du genügend Leute mit Luft versorgen als Neptun? Ich hoffe ja, ich habe ja nichts gesehen. Wieso? Ja, mit der Maske. Ja, da siehst du ja nicht viel. Okay. Und dann besteht noch ein letztes Mal die Möglichkeit, für ein paar Abschiedsfotos auf dem Sprungbrett zu posieren. Bilder, die es so nie wieder geben wird. Musik Ja, da siehst du ja nicht viel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020